Ein Herzschlag-Finale um die Wahl zum Rosenheimer Landrat. Am Ende lagen Freude und Enttäuschung denkbar nahe beieinander. Ja, absolut. Wir haben nahezu verdoppelt. Frau Partei kann das schon gleich sagen. Uns liegt natürlich immer, dass die magische Fünf-Prozent-Hürde, die beim Landtag eine Rolle spielt, in Oberbauern, Flächendecken übersprungen wird. Und das haben wir auch zum Landkreis Rosenheim schon mehrfach geschafft, eben bei der Bezirkstagswahl und jetzt eben bei der Kommunalwahl auch. Also jetzt schauen wir zuerst einmal, dass wir auf der Kreistagslisten unser Ergebnis von Landratskandidatur wiederholen, sieben Prozent. Das waren wahrscheinlich vier Kreisräte und eben eine eigene Fraktionsfraktionsstärke. Und dann wollen wir verstärkt wieder in die Oppositionsarbeit einsteigen, die Finger in die Wunden legen. Demokratie, Transparenz, unser Thema, das wird unser Thema bleiben. Das ist wichtig, das gehört dazu. Der Landratskandidat der CSU, Wolfgang Berthaler, blieb am Ende mit 49,39 Prozent knapp unter der 50-Prozent-Hürde. Er muss am 30. März in die Stichwahl. Sichtlich unentschlossen, ob er sich nun freuen oder enttäuscht sein sollte, zeigte sich Berthaler am Abend. Mir geht es genauso, wo man einfach einmal sagt, aber bei sechs Gegenkandidaten habe ich mit dem auch rechnen müssen. Ich habe es ins Kalkül gezogen, weil es ist ja doch verteilt. Wir müssen einfach mal schauen, die Leute, unsere Wähler wieder mobilisieren und dass wir in 14 Tagen nochmal angreifen. Wie gesagt, es fehlen vielleicht ein paar hundert Stimmen, aber es ist halt so bei einer Wahl und einer Demokratie. Urlaub war sowieso nicht angedacht und wir werden uns morgen mal zusammensetzen und schauen, wie wir uns jetzt neu aufstellen. Und den Weg müssen wir gehen und wir müssen oder sollten es in 14 Tagen dann auch schaffen. Ich hoffe, dass unsere Wähler auch wieder zur Wahl gehen. Man muss sich halt jetzt mobilisieren und sagen, bitte geht's nochmal. Man kann eine Briefwahl machen und das sind die Sachen, von denen wir uns jetzt stellen müssen. Sein Gegenkandidat Sepp Hofer von den Freien Wählern zeigte sich hingegen sichtlich zufrieden mit seinen 13,77 Prozent der Stimmen. Ich bin sehr zufrieden, natürlich, weil ich in der Stichwahl bin, das einmal als allererstes. Und weil wir es geschafft haben, das erste Mal hier im Landkreis Rosenheim die CSU in eine Stichwahl zu bekommen. Die Chancen für die Stichwahl. Gut, bei Stichwahlen hat die Geschichte gezeigt, da hat es schon Überraschungen gegeben. Wobei mir natürlich, wie hat es der Herr Seehofer gesagt, der schwärzeste Kontinent ist Bayern. Und das wird sich vermutlich auch bei der Stichwahl durchschlagen. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Nun entscheidet also der zweite Wahlgang am 30. März über die Nachfolge von Landrat Josef Neiderhell. Wer am Ende die Nase vorn hat, erfahren Sie natürlich bei Rosenheim24.de.